Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 18. Juni 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 395 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. 1,5 Milliarden, Instagram-Werbung, Senior Engineer, HomePod, Pebble, OneDrive, Raketenantrieb und Ei oder kein Ei. Wir beginnen gleich mal mit diesen ominösen 1,5 Milliarden. Die News ist nicht vom Wochenende, die ist schon vom 14. Also schon vier Tage alt eigentlich. Aber dennoch dachte ich, da der Achim die letzte Woche nicht gebracht hat, bringe ich sie noch kurz, weil es ein bisschen Schweizer News ist in dem Sinn. Nämlich 1,5 Milliarden, das ist der Betrag, den Apple an Schweizer Entwickler ausbezahlt hat. Man hat ja da große Zahlen geschwungen, was das alles so rausgeflogen ist in der Zeit, seit es den App Store gibt. Und die ganzen Zahlen konnte man jetzt runterbrechen auf die einzelnen Länder. Und das hat der Raphael Zeier vom Tagesanzeiger auch getan und eben da mal so ein paar Zahlen in den Traum geworfen. Insgesamt sind 1,76 Millionen Arbeitsplätze in Europa geschaffen worden von Apple. Davon sind 1,5 Millionen Reihenökosystem. Unglaublich. 170.000 gehen auf Zulieferkette und 22.000 Mitarbeiter hat Apple insgesamt über die ganzen 19 Länder, wo sie beschäftigt sind. Nach Deutschland, da gibt es ein Instagram-Urteil, ein Gerichtsurteil gegenüber einer Bloggerin, die schon seit vielen Jahren mit ihrem Blog unterwegs ist. Und natürlich auch begleitende Instagram und andere Kanäle. Und da wurde sie verklagt oder angeklagt, besser gesagt, nämlich abgemahnt, besser gesagt. Sie hat Werbung nicht deklariert. Und das stimmt eben nicht ganz. Sie hat Werbung, wenn was bezahlt wurde, deklariert. Aber wenn nicht bezahlt wurde, hat sie dennoch irgendwie, mache ich ja auch, wenn ich ein Samsung-Produkt auf dem Foto habe, mache ich einen Samsung-Link drauf und einen, was soll ich jetzt sagen, Nerf-Link, Hasbro-Link, einen Logitech-Link, wenn ich hier zum Beispiel den Tisch hier abfotografieren würde. Und das darf man nicht mehr nach diesem neuesten Gerichtsurteil, denn sobald man sowas markiert quasi oder eine Aufschrift auf einem Sweatshirt oder sowas erkenntlich ist, markiert ist, dann gilt das als Werbung. Die Bloggerin wird das Ganze jetzt weiterfinden, verschwimmt das Ganze dann ein bisschen, wenn man einfach alles quasi als Werbung deklarieren muss und nicht das, was bezahlt ist, weil das geht nicht in die richtige Richtung, wie ich finde. Ich meine, Werbung gehört deklariert, aber eben nicht so, dass es dann der Mensch einfach nur noch als bla, wer, ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich gehe mal ein Thema weiter. Apple hat es geschafft und einen der Größeren bei Google Waymo akquirieren können. Waymo, das ist die Abteilung bei Google oder bei Alphabet besser gesagt, die sich um die intelligenten und selbstfahrenden Autos kümmert. Und da hat jetzt Apple einen hochrangigen Mitarbeiter abwerben können. Apples Sprecherin hat das Ganze bestätigt, dass er jetzt eben für Apple tätig ist, hat aber nicht gesagt, in welche Richtung und wo das hingehen soll. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Die Gerüchteküche ist natürlich wieder total am Brodeln. Apple hat ja insgesamt 62 autonom fahrende Fahrzeuge auf kalifornischen Straßen, die da ihre Tests und die ganzen Geschichten machen. Somit, ja, auch neue Patente gibt es, die natürlich die Gerüchte darum rundherum deutlich anfeuern. Und ja, wir dürfen hoffen, dass wir bald mal was sehen in dieser Richtung und dass wir nicht noch lange warten müssen, dürfen, wie auch immer. Ab heute gibt es den HomePod auch für, was war noch, Kanada, auf jeden Fall für Deutschland zu kaufen. Und zu dem Zeitpunkt genau hat Apple noch was lanciert, nämlich kann jetzt Siri Nachrichten in deutscher Sprache lesen. Da gehören 100 Tage, äh, Tagesschau in 100 Sekunden, ZDF heute, Express, Welt News und auch globale Geschichten wie CBC, Global TV und so weiter dazu. Also, wer sich ein HomePod kaufen möchte und das tut, weil er sich Nachrichten vorlesen möchte, der kann das jetzt auch auf Deutsch tun, ab heute. Wenn ihr dazu gehört, liebe Deutschen, die sich ein so ein HomePod heute kauft, lasst uns doch mal eine Mention da über Twitter, über Facebook, wie auch immer, Instagram. Wir würden uns interessieren, wer sich da so ein HomePod kauft. Ich würde ja, wäre es jetzt in der Schweiz. Ich glaube, heute wäre ich in der Stimmung, dass ich zugreifen würde. Ich glaube, das Teil würde mir gefallen. Aber ja, Pebble, Smartwatch, das ganze Ökosystem, sprich die Server dahinter, werden ja per Juni 2018, also jetzt dann offiziell eingestellt. Das hat Fitbit ja bekannt gegeben nach dem Kauf von Pebble und gleichzeitig eben das Uhrenprogramm eingestellt. Jetzt gibt es eine kleine Entwicklergruppe, Rebel nennt sich die, und die haben da was zusammengebastelt. Wer eine Pebble besitzt und die auch nach wie vor weiterhin nutzen möchte, kann das bei uns in den Shownotes nachlesen, wie und in welchem Umfang das überhaupt möglich ist. Ich mag es, wenn Geräte und Dienste intelligent sind und mir zumindest nicht schaden. Zum Beispiel auf dem iPhone, aber auch auf gewissen Androiden, die ich besitze. Wenn ich Apps länger nicht nutze, dann gehen die weg. Nicht irgendwo ins Nirwana, sondern halt einfach in die Cloud. Zumindest bei iOS ist es so, dass dann ein kleines Pfeilchen da ist und wenn ich die App wieder möchte, einmal draufklicken und erholst mich wieder aus dem Store raus. Und ähnlich gibt es das auch jetzt bei OneDrive. OneDrive, der Cloud oder die Cloud von Microsoft, die hat jetzt unter Windows 10 zumindest eine kleine Speicheroptimierung spendiert bekommen. Heisst, Dateien, die ihr länger nicht braucht, werden einfach von eurem lokalen Device gelöscht. Logischerweise nicht ganz, sondern eben einfach lokal und einzig in die Cloud belasten. Und das, um eben bei euch ein bisschen für die Datenhygiene zu achten, um das Gerät, was ihr gerade nutzt, mit freiem Speicher freizugeben. Grundsätzlich eine interessante Geschichte. Wer das nicht möchte, ich hoffe, das kann man deaktivieren. Ich werde es auf jeden Fall aktivieren, weil man hat doch immer wieder Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Und das Netz ist heute so schnell, das kann man sich schnell wieder zurückholen. Elon Musk, der Mann mit den super tollen Ideen, kommt immer wieder mal auf lustige Geschichten. Und aktuell möchte er seine beiden großen Firmen zusammenlegen, nicht physisch und so weiter, aber möchte von SpaceX ein bisschen was in Richtung Tesla schicken. Nämlich der Antrieb, so eine Falcon 9 Rakete, also die Technologie davon, möchte er in den Roadster einbauen oder in einen kommenden Roadster mit einbauen. Und somit ein deutlich schnelleres Elektro-Vehikel auf den Markt bringen. Wir dürfen ja mal gespannt sein, was daraus wird. Zu allererst muss ich da jetzt mal Tesla retten und dann schauen wir weiter. Und zu guter Letzt geht es ums Ei. Und zwar nicht ums Huhn und Ei, sondern ums Ei oder nicht Ei. Es ist immer wieder mal so ein Ding bei Google mit den Emojis. Mögt ihr euch noch an das Bier erinnern? Und was war da noch? Den Burger, den sie vermasselt haben. Jetzt haben sie wieder was vermasselt. Mit dem neuesten Android-P-Update haben sie 157 zusätzliche Emojis eingefügt. Ganz spannend. Apple hat mit iOS 12 158 eingefügt. Müssen wir mal einen Vergleich starten. Keine Zeit dafür. Aber auf jeden Fall haben sie beim Salat. Das sind so eine Schüssel mit grünem Salat, zwei Tomatenscheiben und eine Scheibe oder ein halbes Ei reingelegt. So war es bis jetzt. Und jetzt hat man, weil Salat etwas für Veganer sein soll, das Ei entfernt. Und leider ist es verpasst, anstatt dem Ei irgendwie eine dritte Tomate oder eine Gurke reinzumachen, sondern einfach das weggelassen. Und jetzt hat sich der, haltet euch fest, der Chef des britischen Eierverbandes, der British Egg Industry Council gemeldet und Tim Bonner heißt der Typ und ist auf die Barrikade gegangen und hat anscheinend ziemlich, ja, ausgerufen. Denn es kann doch nicht sein, dass man eben auf Eier verzichtet. Dann hat man in Zukunft plötzlich Salate mit Ei, ohne Ei, mit Hühnerteilen, mit Huhnfisch etc. Grundsätzlich hat er recht. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, wenn man den Daumen hoch macht, zumindest bei iOS, eindrätig geht das auch teilweise, kann man ja mittlerweile oder mittlerweile schon seit Jahren wählen, ob man einen gelben Daumen möchte, einen braun, einen schwarzen, einen weißen oder was auch immer. Und das genau gleiche wird uns ziemlich sicher durch die Diversität der Menschen, die auf diesem Planet so leben, dazu führen, dass wir verschiedene Salate haben. Und würde ich ja nicht schlecht finden, denn ich würde gerne zwischendurch mal einen Tomaten-Mozzarella-Salat verschicken. Nee, Spass beiseite. Ja, Google hat es nicht einfach mit den Emojis. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen heute und euch noch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag, einen tollen Start in die neue Woche und ich freue mich, euch dabei begleiten zu können. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.